halli hallo liebe leute ich bin ein kommissier 1 2 1 songs let's play und crazy unterhaltungs videos ja ihr werdet wahrscheinlich hier sehen warum ist das so grün und so hier ja es halt dunkler und ich habe mir gedacht ich spiele diesmal also es geht heute mal wieder nach langer zeit weiter mit tv ist man sagt mir gedacht ich biete vorerst mit facecam einfach mal wieso nicht obwohl einerseits bisschen blöd wenn ich es mit facecam mache denn denn es sind keine gegner da ich habe immer noch diesen sheet offen das heißt in der nächsten folge werde ich es mal ohne sheet machen dann werden wir sehen wie wir uns schlagen werden okay seit ich sehr wieder lange zeit nicht mehr gezockt habe jetzt wieder das was neues mit diesen updates er okay man kann die farben wechseln auch nicht schlecht mal hier mal rot schreien auch lauter es kommt sowieso keiner die uns helfen naja ich wollte gerade mal demonstrieren wie man brennen kann springen wollte ich nicht aber auch schön so was interessant wäre kann man jetzt mehr kann man jetzt mehr sticks tragen gucken wir mal nicht immer noch nur zehn stück na gut es ist hier nicht mehr so grünlich total ist nur anfang so bei der webcam aber es ist eh ziemlich dunkel also ich weiß noch dass ich hier bauen wollte bau und der sound ist immer doppelt der scheiße spring nicht junge spring nicht ich weiß nur ich wollte irgendwas bauen aber was genau weiß nicht mehr so wie konnte man nochmal mit m vielleicht oder a mit b gut so jetzt können wir zum beispiel uns aussuchen was wir bauen wollen ich würde sagen ich mache erst mal so was ich merke schon okay wahrscheinlich ab und zu so ein fehler von der webcam irgendwie keine ahnung hier so ja ist okay okay steckt haben ja genug fast genug fast genug ich möchte hier eigentlich noch ein stick liegen gut wir haben aber viele holz stämme wir können wir eigentlich auch gerade diesmal mal nicht ohne diesen sheet stemmen da so das heißt ich kann eigentlich gucken was ich noch bauen kann mit dem baum stemmen so custom wolf keine ahnung was es bringt aha man könnte hier natürlich auch so was bauen wir wissen ob ich denn was meine da also es ist erstmal eine tür hin schon wieder ins feuer schön so wie laut bist du denn noch schreien junge so so bauen bauen heute geht es ums bauen und in der nächsten folge werden wir überleben ich habe mir schon gedacht wenn ich äh wenn ich schon heute zwei folgen hochgeladen habe von zwei verschiedenen netzplay dann kann ich auch da kann ich auch mal tv hochladen obwohl es wahrscheinlich sein könnte das wahrscheinlich dann erst um zwölf oder ein uhr online kommt und wenn es dann so der fall ist dann ist es halt so der fall so hier findet man natürlich genug äh genug sticks was war das ich dachte da kommt jetzt ein gegner oder so kann aber nicht sein dann war das meiner ich denke die sticks das noch welche der doppel sound das ist nervig bei fast keinen anderen spiel ist das aber nur bei the forest nur bei der forest ey toll ok dann wir haben uns erst mal ein snack rein so komm ok wir haben nicht mehr so viel davon das heißt wir müssen bald ja komm leg's doch drauf ach so stimmt wir haben ja gar kein wasser ach man was ist damit stimmt man braucht eigentliches knochen und sowas aber ok komm da haben wir erstmal sowas wie so ein knüppel mit dem skelett kopf naja wir haben ja schon sozusagen sowas ok mit was könnten das sonst machen nein 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 und hier kann man auch noch nicht benutzen hm Pfeiler ne ne Repairtool ah da fehlt noch was 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 fehlt denn da noch wisst ihr was da noch ungefähr fehlt ich komme jetzt nicht so richtig drauf hm ok röpertool röpertool kräfte kräfte haben wir denn ein sehe ich von hier aus jetzt nicht wegen der webcam da ja da möchte ich gerade mal so machen ok ok wir haben keinen davon ok nope vielleicht davon was nope ok steht da snowshoes snowshoes interessant na gut ok weg gut gut was machen wir denn noch ja bester sound hehehe oh man richtig bester sound schön doppelt was mich nur frage wochen ist bei anderen let'splayers nicht nicht so der fall echt doppelt doppelt sound liegt es an der grafikkarte oder liegt es oder muss man das irgendwie muss jemand hier irgendwie noch was einstellen wie zum beispiel bei gronk oder sarah zeich ist so nicht der fall habe ich noch nie mitbekommen dass da irgendwas doppelt war und ich weiß nicht wie die hinbekommen so alter dann trink mal was so jetzt bist du wieder fit und kannst den verdammten baum fällen ne ne endlich es hat ja drei jahre gedauert aus und wuuu okay haben wir hier noch holzstämme oder waren das schon alle anscheinend waren schon alle ich glaube wir haben jetzt hier das was wir suchen war schon alles zu viel okay okay davon war anscheinend auch eins zu viel nee hier nicht vielleicht noch ein stück perfekt sehr gut geil leute so das kleine lager wird ein kleines bisschen größer feuer feuerdings hier tja dann würde ich sagen mache ich hier erstmal einen cut denn es will nicht unbedingt ja dass es so ewig lang dauert die folge ich meine ich will es halt auch noch hochladen ja dann kann es sein dass es nur 30 minuten oder so geht aber wenigstens etwas leute das heißt wir sehen uns in der nächsten folge wieder die wird dann länger dauern kann es sein ob wir dann verrecken oder sonstiges keine ahnung und dann bis zur nächsten folge wenn es heißt let's play der vorerst bis dann euer akumisi 21 yeah ja